Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Achtung Kultur, unserem Kulturfernsehen für Reisejournalisten. Heute führe ich Sie in eine Stadt, wie sie vielfältiger kaum sein kann, Salzburg. Die Stadt an der Salzach halten viele ja immer noch für eine Art Freilichtmuseum zu Ehren Wolfgang Amadeus Mozarts. Das greift aber viel zu kurz. Überall findet man innovative Gastronomie, wie etwa im Hangar 7 am Flughafen oder im Afrocafé. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt ein Mann, Didi Mateschitz, Gründer von Red Bull. Aber obwohl sogar das Fußballstadion den Namen des Energydrinks, der angeblich Flügel verleiht, trägt, muss sich Salzburg nicht umbenennen. Die Stadt bietet auch jenseits des Kultgetränks jede Menge Kultur. Und das buchstäblich auf der Straße. Auf dem Walk of Modern Art präsentieren international renommierte Künstler wie Anselm Kiefer oder Tony Craig insgesamt zwölf großformatige Skulpturen. Für Aufsehen und Kontroversen sorgte etwa Markus Lüpperts Hommage an das Genie Mozart. Die knapp drei Meter hohe Figur wurde von einem Gegner sogar geteert und gefedert und musste aufwendig restauriert werden. Mich persönlich beeindruckt hat Christian Boltanskis Vanitas in der Krypto des Salzburger Doms. Es ist erschreckend und faszinierend zugleich, wie Boltanski mit seiner Installation die Vergänglichkeit des Lebens spürbar macht. Mit nicht viel mehr als Schattenspielen und einer Zeitansage. Obwohl der Walk of Modern Art 2011 abgeschlossen wurde, wird es eine Art Fortsetzung geben. Die Salzburg Foundation, die für dieses einmalige Kunstprojekt verantwortlich zeichnet, hat geplant, die Kunstwerke nun zu vertonen. In Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen. Der neue Intendant, den Sie sicher noch vom Zürcher Opernhaus kennen, heißt Alexander Pereira. Er hat sich für die kommenden Jahre, und das überrascht Sie sicher nicht, viel vorgenommen. Die Förderung junger Künstler gehört traditionell ebenfalls zu Salzburg. Die Crue di Swiss fördert dabei das Young Singers Project. Junge Talente haben hier die Chance mit etablierten Festspielkünstlern zusammenzuarbeiten. Eine Neuigkeit mit Schweizbezug gibt es auch noch von dem Pfingstfest spielen. Die neue Intendantin heißt Cecilia Bartholi. Sie hat als Sängerin ja auch schon in Zürich große Erfolge gefeiert. Mein persönlicher Tipp zum Abschluss führt von Salzburg nach Linz. Nur eine gute Stunde mit der Bahn und Sie sind schon in der nicht minder innovativen Stadt an der Donau. Es erwarten Sie dort moderne Kulturbauten inmitten barocker Häusergefüge. Schwerpunkt 2012 ist die Präsentation technischer Ausstellungen in moderner Architektur. Das Lentos Kunstmuseum zeigt zeitgenössische Kunst. Das Schlossmuseum und die föstalpine Stahlwelt widmen sich der Welt der Technik. Um die Welt der Zukunft geht es im Ars Elektronica Center. Das bekannte Ars Elektronica Festival findet 2012 übrigens von 30. August bis 4. September statt. Weitere Tipps und Infos bekommen Sie wie immer persönlich von mir oder finden Sie in unserem Pressebereich auf www.austria.info. Bis bald in Österreich. Dann Curte Lentos Piepsen. Dann können wir nicht hier wieder pinch dauer honorer und nix 3 bis 8 bis 8 bis 8 bis 9 bis 9 bis 8 bis 9 bis 10 bis 8 bis 9 bis 9 bis 1 bis 2 bis 9 bis 9 bis 10 bis 9. Vielen Dank.